Sieben! Nein! Und? Sieben! Sieben, oh mein Gott. Oh mein Gott, das... was? Zur neuen Season verlose ich unter jedem Video eine 15 Euro Google Play oder iTunes Karte. Dafür musst du nur ganz rechts im Shop meinen Code angeben, Joonas und davon einen Screenshot machen. Und dann Hashtag Google Play oder Hashtag iTunes kommentieren. Hey Leute, im heutigen Video werden wir mal etwas ganz anderes und etwas völlig Neues machen. Denn heute sind wir hier auf einem alten Challenge Account, haben 1.500 Juwelen und wir werden heute ein völlig neues Format probieren. Denn heute werden wir versuchen, live auf diesem Account einen legendären Brawler zu ziehen. Und dann werden wir diesen legendären Brawler mit random Teammates auf mindestens 500 Trophäen pushen. Dieses Format will ich schon länger bringen. Es ist eigentlich ziemlich teuer. Es kostet ungefähr zwischen 200 und 500 Euro pro Folge. Deswegen würde ich mich sehr freuen, dass ihr dieses Format auf jeden Fall maximal supporten würdet. Ich kann mir das auch wirklich nur erlauben, weil der Support aktuell einfach nur insane ist. Vielen, vielen Dank. Wir sind sicher über 130.000 Abonnenten. Das ist so krank. Vielen Dank. Und genau solche Formate können wir dann auch in Zukunft eben abhalten. Würde ich sagen, wir starten rein und sehen jetzt hier erstmal, was wir alles im Shop haben. Wir werden das Ganze nicht kaufen. Wir werden das Ganze natürlich hier freischalten mit Megaboxen und dem Brawl Pass, würde ich sagen. Und deswegen würde ich sagen, wir starten rein und laden zuallererst 2000 Gems auf, würde ich sagen. Let's go. So Leute, würde ich sagen, let's go. Da haben wir es. Ich hoffe, es wird nicht zu teuer werden. Wir haben jetzt schon mal 3.500 Gems. Unsere Chancen auf dem Legendären sind nicht so schlecht. Deswegen, ne? Wir haben 0,1%. Okay, ist schon wenig, aber trotzdem immerhin zumindest, würde ich sagen. Okay, würde ich sagen, wir starten rein. Wie immer, wenn ihr euch irgendwas mit Gems im Shop kauft, wenn ihr mich supporten wollt, wenn euch meine Videos gefallen oder so, ne? Einfach gerne rechts im Shop meinen Credercode eintragen. Jo, Jonas. Und dann würde ich sagen, aktivieren wir den Brawl Pass. Let's go. Und zack. Und werden jetzt alle Stufen aufjammen. Und dann werden wir schauen, haben wir noch 2000 Gems übrig, mindestens, die wir dann auch in Megaboxen stecken können. Also, let's go. So, wir jammen jetzt hier alles auf. Und wir sehen eben schon, wir haben im Brawl Pass Powerpunkte. Und die können wir nutzen, um unseren legendären Brawler hochzupowern. Das heißt, wir werden jetzt hier zuerst unsere 1800 Gems nutzen und eben ausgeben für Megaboxen. Bis auf vielleicht 40 Stück, dass wir die 40 Gems hier noch am Ende für die Powerpunkte verwenden können. Und da würde ich sagen, hier starten rein. Ich bin gespannt, wie teuer es wird. Und ja, 110 Euro haben wir schon mal ausgegeben. Let's go. Erste Megabox. Fünferbleibender. Das wird ein ziemlich, ziemlich langer Grind hier werden, auf jeden Fall. Aber, also, das Geile an dem Projekt soll halt vor allem werden, dass wir eben zum einen ein Opening haben und zum anderen Gameplay. Weil es miese an den Opening Battles ist halt, dass wir nur Boxen öffnen. Und das finde ich halt so nice an der Idee, dass wir jetzt hier eben eine Mischung aus Gameplay haben und Opening. Und das finde ich halt das Nice. Und dann direkt was Neues. Let's go. Aber, stell dich mal vor, wir ziehen jetzt direkt einen Legendären. Das wäre halt einfach, dass wir halt einfach Next Level... Okay, wir haben was. Ich hab kurz was in den Augen, sorry. Drei, zwei, eins. Das ist frank, das ist nice. Das ist nice, das ist nice. Was haben wir eigentlich auf dem Account bisher? Ich hab gar nicht so nachgeschaut. Wir haben Frank... Meine Stimme. Mortis Max. Okay, wir haben nicht so viel, ne? Also, mal schauen. So, wir machen weiter. Wir haben halt vor allem den kompletten Brawl Pass noch, ne? Hä, sind gleich alle Jam... Oh, wir haben was. Okay, ich hab nichts gesagt. Okay, let's go. Wir schauen. Wir haben Max. Primo. Oh, äh, Boxer. Verschluckt, sorry. Und wir ziehen. Karl. Ach, Junge. Wie viel Superselten haben wir denn? Zwei von... Oh je, oh je, das kann schon teuer werden. Aber wir haben den kompletten Brawl Pass ja noch, ne? Den haben wir schon aufgejamnt. Wir haben wieder was. Oh, komm, bitte jetzt einen Legendären. Das Ding ist halt, ne? Wenn wir ihn jetzt ziehen, dann können wir ihn noch richtig schön upgraden. Aber ansonsten müssen wir halt relativ low pushen. Das wäre halt... Ja, es ist halt schwieriger dann. Okay, drei, zwei, eins. Oh, was? Oh. Oh, jean. Aber kein Legendärer. Egal, den ziehen wir noch, Leute. Der dritte müde ich auf dem Account. So, 80 Gems mal und wir ziehen schon mal nichts. Wir hätten noch zwei Big Boxen, aber ich glaube... Ja, wir brauchen die Gems noch für die Power Ups später, deswegen. Okay, wir kommen zum Brawl Pass. Ich würde mal sagen, wir beginnen. Wir beginnen mit dem Free-to-Play-Teil, oder? Ah, mal schauen, Leute, mal schauen. Also, wenn nicht, müssen wir nochmal 2000 Gems aufladen, ne? Wir haben bisher nur, nur 110 Euro ausgegeben, ne? Das ist noch relativ günstig. Relativ. Es ist auch schwer, das zu sagen, ne? Aber das ist noch relativ günstig für einen Legendären. Auf jeden Fall. Aber ich würde halt darauf hoffen, dass wir... Epischer. Ja, es ist nice, aber ich will einen Legendären. Ich würde halt darauf hoffen, dass wir... Dass wir... Ah, ich weiß nicht. Sollen wir nochmal 2000 Gems aufladen? Weil das Ding ist, wir kriegen halt auch die Power Ups. Okay, Leute. Die nächsten 2000 Gems. Let's go. Und wir können vielleicht... Oh mein Gott, wir haben was. Wir können gleich mal versuchen. Wir ziehen einfach nochmal 9 verbleibende Kappa. Ne, man weiß es ja nicht, ne? Vielleicht ziehen wir nochmal 8 verbleibende oder so gleich. Stimmt, können wir auch versuchen. Okay, komm, jetzt Legendärer. Oh. Pam. Und? 7. Let's go. Jetzt ist spannend. Okay, jetzt 2 neue. Und? Und? Ach. Der erste Brawler ist einfach mal Rico. Okay, 3, 2, 1. Jackie. Oh mein Gott, nein. Die Chance ist gesunken einfach. 7. Und? 3, 2, 1. Kein Gadget. Na klar. Und? Ach, komm. Ich will legendieren jetzt. Wir machen weiter, Leute. Wir haben noch ein paar Boxen. Ansonsten muss man 200 Euro... Äh, 200 Euro. 100... Nicht 200 Euro. Nicht 200 Euro. Wir laden 100 Euro auf, wenn schon. Okay? Nicht direkt übertreiben. Ich hab wieder was. Nein! Ich will keinen mythischen. Oh man, ey. So lost. Wir müssen noch noch Gems übrig haben für die Power-Ups. 39. Ja, komm, egal. Wir öffnen mal zwei Stück. Ist mir jetzt egal. Wir haben eh noch genug im Brawl Pass. Stimmt. Ach, Mann. Okay, wir öffnen noch ein paar Stufen jetzt im Brawl Pass, würde ich sagen. Und ansonsten müssen wir nochmal für, äh, ja, für, zwar, für 110 Euro aufladen. 100 Münzen. Big Box. Ach, komm. Junge. Nein. Oh. Ups. Okay, wir sind schon soweit. Okay, Leute. Wir wiederholen das Ganze. Also, wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, gerne im Shop, Creator Code, äh, Jonas. Dadurch wird hier, werden euch auf jeden Fall solche Openings finanziert. Und wir kommen zu den nächsten 2000 Gems. Okay, wir haben noch einige Gems. Oh, wieder was. Komm, bitte. Ey, ich kann langsam gar nicht mehr kommentieren. Ich will jetzt einfach mal einen Legendären. Drei, zwei, eins. Nein. Ich will keinen Mythe. Ey, keinen epischen. Nein. Wir haben so viel gezogen, aber keinen Legendären. Das gibt's noch nicht. Wir haben wieder was. Oh mein Gott, bitte. Wir haben noch ein paar Gems. Wir haben auch den halben Brawl Pass. Wir müssen uns aber aufheben wegen den Power-Ups. Komm. Och, nein. Wie viel zählen wir denn heute? Was ist das denn? Dann haben wir schon... Oh, wir haben wieder was. Und gönn. Nein. Nein. Wir haben alle epischen. Wir werden unsere Legendäre Chance gleich nochmal abchecken, okay? Aber wie viele Gems haben wir denn noch? Was? Wie ist unsere Legendäre Chance? Hä? Wie ist das denn die so niedrig? Leute, die nächsten 2000 Gems. Ich hätte nicht gesagt, dass es zu teuer wird. Aber es ist im Grunde genommen wie ein Opening Battle, ne? Also wenn es genauso abgeht. Also gerne, wie gesagt, ein Like da lassen für einen Support. Vielleicht geht es genauso ab wie ein Opening Battle. Dann geht es in Ordnung. Supercell gönnt nicht, Leute. Supercell gönnt einfach nicht. Das gibt es nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es zu teuer wird. Oh mein Gott, das ist die letzte schon wieder. Nein, wir müssen wieder aufladen. Komm, Leute, wir laden mal keine 2000 Gems, oder? Das haben wir 2000. Doch, wir laden 2000 auf, oder? Okay, das letzte Mal 2000. Ansonsten öffnen wir den Draw Pass, okay? Leute, das sind die... Das sind die... Ja, das sind 550 Euro. Ja, wir haben was. Komm. Ich bin so gierig, komm. Wir haben wieder 5. Ich habe noch 1500 Gems. Aber wie gesagt, danach werde ich auf jeden Fall... Ich habe wieder was. Komm. Jetzt. Nein! Wir haben fast alle Mythischen, kein Legendäurein. Wir haben wieder was. Wir wollen noch pushen. Wir wollen noch pushen. Komm jetzt. Was? Wir haben alle Mythischen, aber keinen Legendäuren? Das kann doch nicht sein. Wir merken einen Account einfach. Wir merken einfach einen neuen Account. Also bis auf die Legendäuren. Was machen wir? Was machen wir jetzt? Ich könnte nochmal... Ich könnte nochmal bis nach vorne gehen. Wir gehen jetzt mal vorne. Wir dürfen es nicht übertreiben. Wir machen es dann wieder auf. Wir müssen ein paar Powerpunkte rauszauern. Wir dürfen es nicht völlig übertreiben. Wir müssen versuchen, die aus dem Brawl Pass mal zu ziehen, okay? Okay. Let's go. Geil nochmal. Ach, Junge. Wir ziehen den kompletten Brawler einmal durch. Let's go. Geil. Komm, wir laden nochmal die Hälfte auf. Wir laden nochmal von 50 Euro auf. Und wir haben wieder 1000 Gems ausgegeben. Ja. Also finanziell gesehen auf jeden Fall ein super Video für mich, würde ich mal sagen. Ja. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Okay, wir laden noch einmal 2000 Gems auf, okay? Ein letztes Mal. Dann haben wir insgesamt, glaube ich... Die haben wir ausgegeben. Zu viel. Ich wollte es gar nicht wissen. Zu viel. Okay, die letzten 2000 Gems. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, nee. Jetzt nicht noch einen Motor Skin kaufen. Ich habe eh schon genug Geld ausgegeben. Bitte. Ja, ich muss... Also, ich darf jetzt auch nicht übertreiben. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Also, wenn wir jetzt kein Legendären ziehen, weiß ich echt nicht, was wir machen sollen. Das ist langsam echt. Das sind... Ich komme jetzt in Bereiche, die nicht mehr witzig sind. Also, wirklich, ne? Also, das sind echt Bereiche, ne? Also, weil... Also, irgendwo wird es dann auch doch zu teuer. Vier Boxen nur noch. Ist es unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin echt sprachlos langsam. Eine noch. Leute, nein. Nein. Oh, mein Gott. Was mache ich hier? Supercell. Ich dachte, wenn ich das so eskalieren würde. Ach, Junge, ey. Also, wir können noch vorgehen bis hierhin. Bis zu den Powerpunkten, okay? Das ist noch in Ordnung. Machen wir jetzt auch. Das kostet zumindest kein Geld jetzt hier. Das haben wir schon aus. Das Geld, das wir jetzt hier aus... Das ist jetzt... Oh, wir haben was. Okay. Also, jetzt hier nochmal kommen. Das ist gleich mein krasser Ausraster gewesen. Aber ohne Witz. Yes. Wir haben sogar Leon bekommen. Ja. Yes. Sorry. Oh. Leon. Ja. Oh, mein Gott. Wie teuer war das bitte? Fucking 800 Euro rausgehauen. Oh. Oh, mein Gott. Wir haben Leon schon mal Power 5. Und jetzt geht es eben vor allem darum, dass wir jetzt eben hier die Powerpunkte haben. Wir gehen auf Power. Power 7. Und jetzt können wir das Gadget ziehen. Und auch die Star Power hoffentlich gleich. 7. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das... Was? Wir können nur noch Legendäre ziehen. Legendäre ziehen oder Gadgets. Was? Oh, nein. Ich will aber gar keinen Legendären jetzt. Wir haben doch schon einen so teuer erkauft. Das ist ja jetzt so provokant, wenn wir jetzt direkt noch einen ziehen. Jörg, wehe. Wir ziehen jetzt noch. Ich will jetzt gar keinen Legendären. Zwei Gad... Was denn das? Wir haben eine Skagit von Leon sogar bekommen. Oh, mein Gott. Zwei Gadgets. Okay. Immerhin. Wenn ich jetzt einen Legendären gezogen hätte... Wir haben eine Skagit für Leon. Wir haben eine Skagit für Leon, Leute. Let's go. Let's go. Jetzt noch die Star Power, ne? Die... Die Heal-Star Power wäre halt so OP, ne? Mit der man... Mit der Ulti sich hochhealen kann. Leute, ich will die Star Power. Ja, nur wegen der Star Power. Ja, das lohnt sich nochmal. Aber noch... Okay, noch einmal... Noch einmal. Aber noch... Noch einmal, okay? Ja, komm, also die Power können wir jetzt noch ausgeben. Wir haben was. Wir haben was. Bitte, ist es jetzt die Star Power? Komm, Leon. 3 zu 1. Yes. Oh mein Gott. Es ist nicht die beste Star Power, es ist die Schnelligkeit. Sie wird übel... Die wird übel Spaß machen jetzt beim Puschen. Ich sag's euch. Können wir jetzt ziemlich nice pushen. Mal schauen. So, jetzt hier. Den bali schon mal. Let's go. Äh, teammate. Oh Gott. Ja? Ja, ja, ja. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Können wir easy killen, ja. Es ist so nice, aber auch wie schnell man da ist, ne? Alter, das Gadget ist aber... Oh nein, mein Gadget ist... Egal. Killen. Let's go. Junge, das ist auch so eine nice Kombi, ne? Der weiß auch gar nicht, wo er... Oh doch... Oh lol, er weiß natürlich, wo er hinlaufen soll. Der war richtig gut sogar. Junge, der war echt stark eigentlich. Der war richtig stark. Ich hab leider kein Gadget mehr, das passt, John. Wir können jetzt hier einfach easy versuchen, den Cabin hier zu bekommen. Let's go, sehr schön. Let's go, sehr nice. Okay, nächster Sieg. Und wir haben 100 Trophäen. Ich muss ja eigentlich raus, aber ich komm hier nicht raus. Ich hab's versucht. Du bist schon fast down. Ah, ja, sie ist los. Sie muss halt... Also wenn sie stirbt, man muss zumindest den Cube aufsammeln können. Aber ich glaub, sie läuft zwar echt so weit nach vorne. Ne, ich bekomme zumindest den Cube jetzt. Okay, jetzt muss ich sehr defensiv bleiben. Dass auf gar keinen Fall ich irgendwie Probleme kriege. So, jetzt raus, Spam. Oh, let's go, Alter. Geile Runde, Platz 1 sogar. Mit der Shelly hier, sehr nice. Und damit haben wir 203 Trophäen. So, let's go, nächste Runde. Und wir haben echt jetzt eine gute Taktik gefunden hier. Mit unserer Star-Porn natürlich. Äh, der Pass war ein bisschen lost, aber egal. Ich kann jetzt einfach hier... Das ist so nice. Ich glaub, jetzt können wir richtig gut pushen. Ah, okay, das ist aber echt lost. Oder als Leon, nicht als Lien. Lien ist die englische Aussprache. Wir sind hier natürlich... Ich mein, es ist ja Jo, Leon und nicht Jo, Lien. Das wäre ja lost, Leute, ne? Das war knapp. Es war sogar sehr knapp. Es war ein bisschen riskant, aber... Hat geklappt, jetzt komm. Sehr nice. Damit haben wir jetzt hier zum allerersten Mal die 300 Trophäen. Uns fehlt... Ich wusste es schon, jetzt fehlt eine Trophäe. Habe ich schon die ganze Zeit ausgerechnet. Aber wir haben wirklich jede Runde auch gewonnen, ne? Also außer eine, dann wir halt plus-minus-zoll bekommen. Baby, ohne Witz, ich hätte gerade gekillt. Kannst du dich mal irgendwie mithelfen. Du stehst die ganze Zeit im Busch die komplette Runde über. Was solltest du das bitte bringen? Du hast 9 Cubes übrigens ganz nebenbei. Ja, also... Ja, kein Problem. Ich mache noch weiter. Wir machen das... Wir machen das genau so. Young Awareness sind so nervig, ne? Das ist unglaublich. Also ich bin echt... Also der Push war schon hart, muss ich echt sagen. Also... Die Baby ist jetzt echt immer so eine Kröling am Ende. Was macht die denn? Ist die aus dem Busch jetzt inzwischen rausgekommen oder...? Die steht nicht immer noch im Busch, oder? Die steht jetzt nicht ernsthaft die komplette Runde im Busch. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Wie habe ich damit so... Wie habe ich damit so viele Cubes? Jetzt! Ja, jetzt. Was war das denn? Sie stand die komplette Runde im Busch. Und wir sind Erster geworden. Leeren OP, würde ich sagen. Wir haben es geschafft, Leute. Alter, 1000 Euro rausgehauen. Von 0 auf 500 Trophäen. Mit Leon hier. Let's go, Leute. Wenn ihr auf sowas Bock habt, wie gesagt. Das war jetzt ein unfassbar teures Video. Gerne ein Like da lassen. Gerne ein Abo da lassen. Das war so teuer. Und wir öffnen gerade noch ein paar Big Boxen zum Ende. Vielleicht können wir mal Glück und ziehen. In den Starpower oder sowas. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Und ciao.